Also wir gestalten wirklich für Leute, die sich für die Mechanik begeistern können, die sich für unser Design entscheiden können. Und ob sie dann eine große oder kleine Uhr wollen oder in welchen Farben oder Materialien, das ist wirklich subjektiv und geschlechtsunabhängig. Und genauso gehen wir tatsächlich auch in die Gestaltung. Also wir legen es nicht fest als einen Baustein eines Briefings. Es soll Männer ansprechen oder es soll Frauen ansprechen, sondern es ist tatsächlich offen. Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Designdisziplinen. Von Mobility Design über Industrie- und Produktdesign bis hin zur Architektur. Unsere Gäste erzählen von ihren individuellen Designphilosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Designdirektor von Chapter. Mein heutiger Gast ist Nicole Schmiedl, Head of Design der deutschen Luxusuhrenmarke A. Lange & Söhne. Nicole Schmiedl absolvierte das Studium Industrial Design an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und arbeitete im Anschluss als Produkt- und Industriedesignerin im Uhren- sowie Mobilitätsbereich. Seit 2019 leitet sie nun die Designabteilung der traditionsreichen Uhrenmanufaktur A. Lange & Söhne, die insbesondere für die Fusion von herausragender Handwerkskunst und innovativer Technologie bekannt ist. In ihrer Position ist Nicole Schmiedl insbesondere für die Gestaltung und Designentwicklung aller mechanischen Uhren sowie die laufende Weiterentwicklung des Markenportfolios verantwortlich. Ich freue mich sehr, dich heute zu begrüßen. Head of Design der traditionsreichen Uhrenmarke A. Lange & Söhne. Was mich natürlich brennend interessiert, ist, wie bist du in dieser sehr speziellen Branche gelandet? Wieso hast du dich genau für die Uhrenbranche entschieden? Hattest du schon immer eine Affinität zu Ohrmacherkunst? Ja, also hallo erstmal. Ich freue mich sehr für die Einladung und dass ich vielleicht auch einen kleinen Einblick dann in die Uhrenmacherei geben kann, in unsere Branche. Und ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe tatsächlich schon immer die Verbindung gehabt zu mechanischen Uhren, zu Uhren. Das hatte mich einfach schon immer interessiert. Lag auch ein bisschen in der Familie. Ich habe zwar niemanden, der jetzt direkt mit Uhren arbeitet, aber viele, die das schätzen und eine kleine Taschenuhr zu Hause haben. Und das hat mich als Kind einfach schon fasziniert. Und ich muss sagen, da ich in Sachsen geboren bin, also ich bin hier auch aufgewachsen, war für mich A. Lange & Söhne auch einfach schon immer ein Begriff. Also ich wusste schon immer, dass es diese Marke gibt, dieses Unternehmen und dass feine mechanische Uhren in Glashütte zu Hause sind und gemacht werden. Das hat mich schon immer interessiert. Und ich persönlich bin dazu gekommen, weil ich mich eben schon immer dafür interessiert habe, wie man sozusagen Technik und Design, Kreativität, Gestaltung zusammenbringen kann. Das ist auch der Grund, worum ich dann mich für dieses Studium entschieden habe. Und habe dann eben nach dem Studium dann auch was gesucht, was eben diese zwei Elemente gut verbindet, weil ich auch gemerkt habe, das ist etwas, wo ich mich zu Hause fühle, was ich sehr gern mache, was mich interessiert. Und wo kann man besser diese Kombination wahrnehmen und leben als in der Mechanik, als in mechanischen Uhren, da wo wirklich Design und Technik aufeinandertrifft. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Komponenten Design und Technik, gerade bei A. Lange spielt ja auch das Thema Innovation eine große Rolle. Das sind ja sehr, sage ich mal, verschiedene Hüte, die man da irgendwie koordinieren muss. Wie schafft ihr das? Also das ist tatsächlich jedes Mal eine Herausforderung, muss ich sagen, weil es eben genau nicht das reine Oberflächenstyling ist. Also man ist kein reiner Objektgestalter, der nur auf die Form schauen kann, sondern man sieht immer die Mechanik mit sich. Und das sehe ich als Herausforderung positiv. Kann vielleicht auch die Anstrengung dahinter sein, aber ich finde es für uns Gestalter sehr, sehr spannend. Weil man sich jedes Mal bewusst sein muss, dass das eine nicht ohne das andere geht. Also wir Designer, ich als Industriedesigner, wir machen keine Uhr alleine. Wir arbeiten immer zusammen mit der Konstruktion. Und das ist auch sehr, sehr spannend, finde ich. Und es muss einem einfach immer bewusst sein, dass das, was man tut als Produktgestalter, auch Auswirkungen auf das hat, was sozusagen mechanisch passiert, was hinter dem Zifferblatt passiert. Also selbst wenn wir entscheiden, einfach einen Zeiger 0,1 Millimeter zu verschieben, dann denkt man vielleicht, das ist keine große Änderung. Aber wenn man überlegt, was es dann auch mechanisch bedeutet, da kann ich nicht einfach Dinge verschieben. Das muss einem einfach bewusst sein. Und so arbeiten wir immer sehr eng zusammen. Und das finde ich auch sehr spannend. Also man sollte auch immer dann als Designer das im Hinterkopf behalten, was es bedeutet, was man macht. Dass es Funktionen gibt, dass es Veränderungen gibt in der Technik, dass Zahnräder anders laufen müssen, wenn man Dinge anders entscheidet als Designer. Und das ist aber sehr spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das da so eine Art Ping-Pong? Gibt es da auf beiden Seiten Ideen für Innovationen, für Neuerungen, die man dann an einem Punkt zusammenbringt? Oder woher kommt sozusagen der Drive für ein neues Modell? Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also das kann beides sein. Wir sind bei Arlange und Söhne schon immer sehr getrieben vom Design im Positiven. Also wir entscheiden uns für ein Produktdesign und versuchen das natürlich technisch möglich zu machen. Arbeiten aber wirklich sehr früh, sehr eng mit der Konstruktion zusammen. Also ich bin der Meinung, die eine Abteilung kann ohne die andere nichts tun. Es geht aber oft so, dass wir sagen, wir entscheiden uns für ein Produktdesign. Wir haben eine Vision, wie diese Funktion, diese Komplikation in der Uhr aussehen kann und soll und treten dann sozusagen mit dieser Idee an die Konstruktion und sagen, okay, wir haben uns vorgestellt, dass dies so funktionieren könnte. Hier etwas sich von links nach rechts bewegt, von oben nach unten hier etwas schaltet, hell dunkel wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr dafür eine Lösung? Ist das machbar? Und dann ist es natürlich dieses Ping-Pong-Spiel, also wie in vielen Branchen, wo wir dann gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Und wir schaffen es tatsächlich sehr oft, eine zu finden. Es gibt aber natürlich auch Grenzen in der Mechanik, weil es ist Mechanik. Es ist nicht alles möglich. Aber wir versuchen sehr viel möglich zu machen und so damit im Austausch zu stehen. Es kann aber natürlich auch von der anderen Seite kommen. Es kann natürlich auch sein, dass die Ingenieure eine neue Möglichkeit haben, Funktionen umzusetzen. Es kann sein, durch die Weiterentwicklung, dass man zum Beispiel vor zehn Jahren nicht so viel Gangreserve generieren konnte, wie vielleicht heute möglich. Vielleicht gibt es eine neue mechanische Idee, einen neuen technischen Ansatz, Dinge umzusetzen, zu verbessern, zu optimieren. Und dass das dann eine Idee ist, die wir im Produktdesign aufgreifen und sagen, okay, das ist super. Das ist eine tolle Funktion. Die erscheint für uns total sinnvoll in dieser Produktfamilie, in diesem Produkt, in dieser Uhr. Da bauen wir das ein und wir wollen das highlighten. Oder wir wollen es vielleicht auch nicht highlighten. Und dass es dann von dieser Seite kommt. Das ist wirklich ein Zusammenspiel der ganzen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und dann kommt irgendwann der Moment, da hast du den Prototyp in der Hand oder am Handgelenk. Ist das so? Oder ist das jetzt so eine romantische Vorstellung von mir, dass dann irgendwann der Moment kommt, du kommst ins Büro und dann steht da die Box oder jemand kommt mit der Box und macht die auf und dann siehst du, wie alles zusammengekommen ist? Also diesen Moment gibt es auch. Der ist auch sehr schön. Der ist auch sehr romantisch. Aber davor kommen ganz viele andere Schritte. Also es ist natürlich nicht so, dass man es schafft, direkt von der Skizze zur komplett fertigen Uhr zu kommen. Das ist natürlich unmöglich. Auch wenn man überlegt, dass Uhren aus mehreren hundert Teilen bestehen, ist das so natürlich nicht möglich. Das heißt, wir gehen ganz, ganz viele einzelne Schritte. Das heißt zum Beispiel, dass wir uns vorrangig zum Beispiel auf das Zifferblatt konzentrieren und dass wir dann sagen, wenn wir an dem Punkt sind, wo wir alle damit zufrieden sind, dass wir dann sozusagen in die Bemusterung gehen, uns die ersten Teile anschauen, überhaupt mal schauen, wie wirken die Phasen, wie wirkt der Druck, wie wirkt der Zeiger und dann versuchen, die ersten Komponenten zusammenzubringen. Das kann mit Einzelteilen anfangen, das kann aber auch über Dummies gehen, also erste Uhren, die nicht funktionieren, wo nur sozusagen Volumen gezeigt wird. Und dann geht es natürlich schrittweise immer weiter, weiter in die Details und auch immer weiter bis zur Entwicklung. Und dann ganz, ganz am Ende hat man tatsächlich diesen Prototypen, bei dem man aber im besten Fall nicht mehr überrascht ist vom Produktdesign, sondern das vorher schon sich dafür entschieden hat. Aber den Moment gibt es, den finde ich auch bis heute tatsächlich sehr schön. Da steckt immer das Herzblut drin von uns allen und ist natürlich toll, wenn man das dann wirklich sieht und dann das erste Mal am Handgelenk hat, weil die Wirkung dann doch live und in Farbe nochmal ganz anders ist. Und wie lange dauert der Prozess so ungefähr? Gibt es da so einen Mittelwert oder ist das Ganze nach Modell immer unterschiedlich? Also einen festen Wert gibt es natürlich nicht. Ich kann so eine Art Mittelwert bilden und vielleicht sagen, ja, ein, zwei, drei Jahre, tatsächlich kann das dauern. Es ist aber tatsächlich sehr abhängig von dem Modell, weil es gibt Modelle, die entwickelt werden, wo man vielleicht auf einer bestehenden Produktfamilie zum Beispiel aufbaut. Also ich nehme jetzt das Beispiel, ich nehme jetzt die lange Eins und wir haben eine neue Idee, eine Mondphase zu integrieren als Komplikation, dann kommt man da vielleicht schneller in diesem ganzen Designprozess zum Ziel, als wenn wir sagen, wie zum Beispiel 2019, wir entwickeln eine komplett neue Uhr, die eine komplett neue Familie gründet. Das war zum Beispiel 2019 mit der Odysseus der Fall. Das ist eine komplett neue Uhr mit neuem Gehäuse, neues Zifferblatt, neues Uhrwerk sowieso. Das machen wir ja generell. Und da ist es natürlich ein viel, viel längerer Prozess. Da ist man tatsächlich in zwei, drei Jahren nicht fertig. Wir investieren auch generell sehr viel Zeit und Emotionen in die Entwicklung. Das heißt, wir arbeiten auch sehr lang daran, bis wir wirklich alle an dem Punkt sind, dass wir sagen, das ist jetzt toll, so wollen wir das haben. Das ist perfekt, so entscheiden wir das. Ja, der Prozess ist ja, so wie du beschrieben hast, ein sehr, sehr umfangreicher, gerade bei diesen neuen Modellen und natürlich auch mit einem hohen Risiko verbunden. Also man muss ja so ein bisschen vorfühlen und auch Marktforschung anstellen. Wie kommt so ein Modell dann an? Was sind gerade so die langfristigen Trends? Da steckt Geld drin, die Entwicklungsarbeit, die emotionale Komponente, die du auch eben erwähnt hast. Wie schafft man das da wirklich, sich auf das Design zu konzentrieren, wenn man weiß, diese ganzen Dinge schwingen auch mit? Ja, also das sind natürlich Themen, die aber wahrscheinlich jede Forschung und Entwicklung hat. Das Geld, was man investiert, die Zeit, die man investiert und davon packen wir sehr viel rein, weil es tatsächlich ein hochkomplexes Verfahren ist und verlauft, bis man eine mechanische Uhr hat mit den Ansprüchen, die wir bei Allang und Söhne haben. Für mich als Gestalter, muss ich sagen, spielt es nicht die große Rolle. Ich mache da jetzt keinen Unterschied, wie teuer am Ende die Uhr wird, welcher Preis verlangt wird, weil der Anspruch für mich an jede Uhr gleich ist. Das ist auch was, was ich an meine Mitarbeiter so weitergebe. Es spielt für uns erstmal keine Rolle, weil die günstigste und die teuerste Uhr sollten gleich intensiv bearbeitet sein. Da ist genauso viel Leidenschaft drin und genauso sollte das Design perfekt sein. Und man startet auch meistens nicht mit der Vorstellung, wie viel Zeit kostet uns das, welche wirtschaftlichen Folgen hat es oder auf was zielen wir ab, sondern wir starten wirklich mit dem einen Design. Und ich mache mich als Designer dann auch gern sehr frei davon, weil ich tatsächlich sage, ich habe diesen Anspruch, den ich an mich stelle, den ich an Allang und Söhne stelle und der ist tatsächlich für alle gleich. Im besten Fall ist jede Uhr gut und nicht weniger und mehr. Von daher kann man sich ganz gut davon trennen und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Also für uns spielen die Zahlen erstmal keine Rolle, wenn wir darüber nachdenken, wie Dinge gut gestaltet sein sollten. Was ich besonders spannend finde, ist ja in der Uhrenbranche, dass es da wirklich eine sehr breite Fanbase gibt aus Uhrensammlerinnen, Expertinnen, die sich ja sowohl für die Designkomponente als auch die Mechanik, wahrscheinlich dann teilweise in unterschiedlichen Gewichtungen. Es gibt wahrscheinlich die Mechanik-Nerds und die Design-Nerds, also Nerds im besten Sinne. Das finde ich besonders spannend, dass das ja in diesem Produkt wirklich dann in so einer tiefe Begeisterung bei den Menschen auslöst. Das ist ja eine ganz besondere Art von Erfolg, so eine Gruppe über Jahrzehnte sich aufgebaut zu haben. Inwiefern geht das Design damit um? Also kann man da die Grenzen wirklich austesten oder weiß man da schon auch, dass es eine gewisse Verantwortung der Marke gegenüber auch gibt, der man dann immer designtechnisch so ein bisschen treu bleiben muss? Also ich finde, unabhängig von denjenigen Kunden oder Käufern, die wir haben, die andere Marken haben, finde ich es tatsächlich sehr wichtig, bei Alange und Söhne die Geschichte mitzutragen. Weil wir haben das große Plus und ich empfinde es als etwas sehr Positives, dass wir diese lange große Geschichte haben. Und das ist auch etwas, was sich in den Uhren spiegeln darf. Man kann sehen, dass wir auf sehr viele Jahre Uhrmacherkunst zurückblicken und das auch mittragen. Und ich denke, das ist auch etwas, was viele Kunden schätzen und viele Trägerinnen und Träger von Lange Uhren. Dass wir tatsächlich schaffen, diese historischen Elemente zu integrieren, aber gleichzeitig auch schaffen, dieses ganze Design, die ganze Funktion, die Uhren zu transformieren und weiterzuentwickeln. Das ist auch etwas, das finde ich für uns als Designer sehr, sehr spannend, weil wir tatsächlich immer vermitteln zwischen den historischen Aspekten, den traditionellen Elementen konstruktiv-ungestalterisch und auch dieser Weiterentwicklung. Immer weiter nach vorne zu schauen, neue Produkte zu entwickeln, aber ohne sozusagen seine Identität zu verlieren. Und ich denke, das gelingt uns sehr gut. Und ich denke auch, dass es viele Kunden mögen, dass wir uns da treu bleiben. Aber es ist auch tatsächlich eine Herausforderung und wirklich eine große Aufgabe für uns als Gestalter, da den richtigen Mittelweg zu finden. Es gibt Dinge, die man wirklich behält in der Gestaltung. Es gibt Dinge, die man ändern davon kann. Und ich finde, wir schaffen das immer wirklich gut, diese Brücke zu schlagen. Daher denke ich auch, dass die Kundschaft breit aufgestellt ist, weil es sicherlich daher auch genauso jemanden ansprechen kann, der vielleicht gerne zurückdenkt an die Zeit der Taschenuhren, an dieses positiv gemeinte Nostalgische. Es gibt aber auch Leute, die diesen ganz modernen Glanz von lange schätzen, die jetzt vielleicht tatsächlich eher eine sportliche Uhr zum Beispiel haben wollen, die eine neue, andere Formsprache wollen und trotzdem sich für lange entscheiden. Also ich denke, da ist unser Portfolio ganz gut aufgestellt, dass wir wirklich ganz verschiedene Uhrentypen haben und damit sicherlich auch mehrere Kunden mit unterschiedlichen Interessen ansprechen. Welche Attribute in Bezug auf die Gestaltung würdest du denn als typisch für Alang und Söhne bezeichnen? Also da gibt es einige, die ich sehr typisch finde. Also wir haben wirklich gestalterisch und technisch Elemente, die wir regelmäßig integrieren, die sozusagen klassisch für Alang und Söhne sind. Da würde ich zum Beispiel nennen das Großdatum. Das ist etwas, was wirklich bekannt ist für lange, was auch von Herrn Lange entwickelt wurde. Also wir haben die Möglichkeit und es war damals was ganz Neues auf so einen kleinen Raum, auf diesen wenigen Millimetern Uhr ein so großes Datum darzustellen. Das ist technisch eine Herausforderung. Da wurde sich damals eine neue Lösung ausgedacht und das Großdatum ist jetzt tatsächlich etwas sehr Typisches für eine lange Uhr, was nicht so einfach umzusetzen ist. Dann gibt es viele gestalterische Merkmale, dass zum Beispiel einige Uhren, viele Uhren aufgebaut sind in einer gewissen Geometrie. Ich kann jetzt zum Beispiel die lange 1 nehmen als wahrscheinlich unsere bekannteste Uhr, die diesen asymmetrischen Aufbau hat, aber trotzdem in einem gleichschenklichen Dreieck angeordnet gewissen geometrischen Prinzipien folgt. Das findet sich genauso wieder in einem Chronographen wie den Datographen auf und ab. Da haben sie auch diese dreieckige Form, die regelmäßige symmetrische Anordnung. Das ist auch etwas, was man als Betrachter vielleicht auch unterbewusst wahrnimmt und wiedererkennt bei Lange. Wir haben natürlich unseren eigenen Schriftsatz, unsere eigene Typografie in den Details und das geht natürlich auch weiter in das Gehäuse zum Beispiel. Wir haben eine ganz typische Formsprache, die sich auch durch die Familien zieht, wie Hörner, Lunette, Mittelteil angebracht sind, wie diese geformt sind. Und das geht natürlich bis hin zum Uhrwerk selbst, wo wir viele traditionelle Elemente verarbeiten und integrieren, die typisch sind für Lange. Das ist zum Beispiel auch so ein handgravierter Unruhgloben, der wirklich speziell ist. Es ist die Dreiviertelplatine, die damals auch von Herrn Lange entwickelt wurde, die wirklich in jedem Uhrwerk zu sehen ist. Die Finisierungen, die bis ins Detail gehen, die Zweifachmontage, also auch technische Aspekte, an denen man eine Lange wiedererkennt. Und ja, vielleicht jetzt nochmal bezogen auf das Produktdesign ist es tatsächlich so, dass man sagen könnte, man nimmt das Lange und Söhne-Logo weg und erkennt immer noch, dass es eine Lange und Söhne ist. Das ist natürlich das große Ziel. Wenn wir das schaffen, ist es super. Und ich denke, es ist aber tatsächlich uns ganz gut gelungen. Vor allem auch, wenn man neuere Modelle anschaut und sagt, okay, wir haben neue Formen, neue Geometrien, neue Linienführungen und trotzdem verstehe ich, dass es eine Lange ist. Also das ist genau diese Vermittlung, von der wir vorhin gesprochen haben, zwischen dem, was trage ich mit, was mache ich neu, was kann ich ändern und im besten Fall bleibt es immer eine Lange und Söhne Uhr. Ja, jetzt natürlich nicht nur im Hinblick auf die verschiedenen Reihen, die es bei Alang und Söhne gibt, sondern auch insgesamt, wenn man sich andere Uhrenmarken anschaut, da in dieser Reduziertheit zu bleiben und trotzdem die Wiedererkennung zu gewährleisten, das ist wahrscheinlich die allergrößte Kunst. Also das ist schon, finde ich, sehr interessant, weil die Marke an sich jetzt ja nicht sich dafür eignet, wirklich so laut und auffällig zu sein. In dieser Schlichtheit immer die Markenattribute wieder darzustellen und immer wieder in neuen Auflagen auch, das ist ja wirklich Design im Detail. Das stimmt, also ich bin sehr detailverliebt und ich glaube, das ganze Design-Team muss man, glaube ich, auch sein und es ist auch wirklich eins meiner Philosophien, würde ich fast sagen, zu sagen, das Klassische weniger ist mehr. Also wir versuchen tatsächlich sehr, sehr aufgeräumt zu sein, sehr klar. Es ist auch ein Merkmal für lange Uhren und als Gestalter, ganz subjektiv, würde ich auch sagen, dass das tatsächlich die höhere Kunst ist und die größere Herausforderung, weil ich natürlich relativ einfach ganz viele Komplikationen einbringen kann, auch grafisch, und das Zifferblatt komplett überladen kann. Die Kunst ist es tatsächlich, das aufgeräumt zu halten und noch auf das Wesentliche zu reduzieren. und das ist etwas, das ist ein Anspruch, den wir für uns haben und hinter dem ich auch ganz persönlich als Designer stehe. Es ist auch zum Beispiel so eine Uhr wie die Saxonia Sin, tatsächlich eine sehr aufgeräumte, sehr cleane Zweizeigeruhr mit Stabablieken, ist als Gestalter teilweise, oder kann eine größere Herausforderung sein, als ganz viel auf das Zifferblatt zu packen. Und ich denke, das sind dann auch viele der wirklich zeitlosen Uhren. Das ist auch etwas, was wir immer versuchen im Design, im besten Fall Uhren zu schaffen, die wirklich die Zeiten überdauern. Keine kurzzeitigen Produkte, die jetzt nur für den Moment schön aussehen, sondern wirklich lange Zeit. Und ich finde, dadurch, durch die Reduktion, durch dieses konzentrierte Klare, was viele auch in Lange sehen und schätzen, kann man unter anderem das auch gewährleisten, dass natürlich so eine ganz klar strukturierte, nicht überladene Uhr auch einfach 20, 30, 40 Jahre später immer noch eine sehr schöne Uhr ist. Das ist die Kunst. Und das ist aber auch das Interessante und auch Typische für Lange. Es ist tatsächlich so, dass es vielleicht nicht die allererste Marke ist, an der man denkt, wenn man etwas ganz Lautes, Auffallendes möchte. Es ist vielleicht eher zurückhaltend und clean. Ihr CEO, Willem Schmidt, hat ja immer in einem Interview gesagt, es gibt keine Uhr, die uneingeschränkt jeder mag. Welchen Einfluss hat denn dieser Satz auf deine Arbeit? Während dem Gestaltungsprozess gibt es da vielleicht auch manchmal den Gedanken oder vielleicht auch die Lust, wirklich mal eine Uhr zu gestalten, die auch polarisiert und dann auch vielleicht von den Experten leidenschaftlich diskutiert wird? Ja, also ich muss Herrn Schmidt da komplett recht geben. Es ist so. Ich sehe das jetzt nicht als Kritik ans Design, sondern ich denke, am Ende ist es natürlich auch eine Aussage, die man wahrscheinlich auf viele Produkte beziehen kann. Man wird auch nicht das eine Auto gestalten oder die eine Küchenmaschine, die jedem gefällt. Genauso ist es natürlich mit mechanischen Uhren. Wir versuchen uns immer sehr treu zu bleiben und dann ist es letztendlich eine Kundenentscheidung, wie gut die Uhrart kommt. Aber wir gehen auch gerne einen Schritt weiter und schauen immer wieder über den Tellerrand. Das Erste, was mir direkt dazu einfällt, ist zum Beispiel die Zeitwerk. Das ist eine ganze Uhrenfamilie bei uns. Das ist die erste Uhr, die sozusagen unsere Art der Digitalisierung zeigt. Das heißt, eine digitale Zeitanzeige in mechanischer Umsetzung. Und das war tatsächlich eine Uhr, die 2009 ganz neue Wege eingeschlagen hat und wirklich auch für Ahrlange und Söhne komplett anders aussah. Also wir haben uns da wirklich was getraut, haben uns das gewagt. Es war vielleicht nicht das Design, wo man weiß, okay, es geht raus und alle werden es lieben. Und es war tatsächlich eine Uhr, die sehr polarisiert hat. Das hat tatsächlich die Leute aufgeteilt und es gab die, die sofort Feuer und Flamme waren. Und es gab auch die, die gesagt haben, ja, Moment ist eigentlich ganz schön, aber ist das lange und Söhne? Das gab es tatsächlich. Und das finde ich sehr spannend als Gestalter. Und es ist aber tatsächlich jetzt auch nach diesen ganzen Jahren aus heutiger Sicht gesehen eine der stärksten Familien bei uns. Und da gibt es eine große Liebhaberschaft für. Das heißt, es hat tatsächlich viele Interessenten gefunden und Leute, die genau dieses Design schätzen. Und wir hatten sogar einmal den Fall, dass jemand vielleicht wirklich nach der Messe, nach der großen Veröffentlichung meinte, ja, aber also tolle Uhr, aber irgendwie nicht lange. Und dann wirklich ein Jahr später nochmal kam, wir nochmal ins Gespräch gekommen sind und es hieß ja, jetzt habe ich irgendwie das auf mich wirken lassen. Jetzt habe ich es mir angeschaut und die ist schon richtig gut. Also es gibt es tatsächlich beides. Es wird natürlich immer so sein, also nicht nur in der mechanischen Welt generell, dass man wahrscheinlich nicht das eine Produkt für alle Menschen gestalten kann. Dafür sind wir auch viel zu viele Individuen. Jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ja, auch wir trauen uns das. Wir gehen solche Schritte. Auch zuletzt jetzt zum Beispiel mit der Odysseus auch wirklich eine andere Formsprache integriert, eine andere Grafik. Und es ist super angekommen. Also ja, das darf man machen. Und ich denke, das sollte man auch machen. Also ich motiviere auch immer die Designer dazu und mich selbst immer gern, den Schritt weiter zu denken. Und anders kann sich auch nichts Neues entwickeln. Ja, natürlich interessant, gerade an so einem Produkt, das ja auf einem Zeitmesser ist, dann auch im Rückblick dann auch festmachen zu können, ja, war dieses Produkt vielleicht auch so ein bisschen im Geist und Lebensgefühl der Entstehung sozusagen, hat das irgendwie aufeinander abgefärbt. Also war dieses Produkt in dem Moment, in dem es rausgekommen ist, eigentlich auch schon sozusagen ein Ausdruck eines gewissen Zeitgeistes. Also in so einer Geschichte, dass es dann ein Jahr dauert, bis jemand zurückkommt, das ist natürlich irgendwie cool, gerade mit dem Produkt, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, bis irgendwas wirklich angekommen ist, angenommen wird. Das geht schon alles irgendwie gut ineinander über. Ja. Ja, auch zum Thema Zeit und Geschichte in so einem Traditionsunternehmen, auch wenn es so von der Geschichte ja teilweise auch gebeutelt wurde, gibt es ja immer die Möglichkeit, auch auf so eine Art Archiv zurückzugreifen. Gibt es bei A. Lange und Söhne auch ein Archiv, mit dem ihr als Designer arbeiten könnt? Also wir haben auf alle Fälle ein Archiv. Es ist nicht so, dass man natürlich das große Regal hat und alle Uhren aus jeder Zeit da drin liegen. Aber wir haben ein großes Archiv und können natürlich zurückgreifen auf alles, was mal gemacht wurde. Ja, und das ist auch für uns als Designer natürlich was super Spannendes, Interessantes, da auch mal zu schauen, was hat man sich mal überlegt, was hat man mal gemacht. Und sicherlich gibt es auch gute Ideen, die vielleicht einfach zu einer bestimmten Zeit nicht in der richtigen Zeit waren, was vielleicht in Zukunftssinn ergibt. Und wir entwickeln natürlich auch immer sehr viele Ideen, von denen es nur ganz wenige dann wirklich schaffen bis zum Ende. Und die gehen natürlich trotzdem nicht alle verloren. Und auch so eine Odysseus, diese sportlich elegante Uhr ist natürlich was, das ist schon sehr lang in unseren Köpfen gewesen. Das ist sehr lang mitgegangen, bis man an dem Punkt war, wo man gesagt hat, okay, jetzt ergibt es Sinn daran, weiterzuarbeiten, das umzusetzen. Oder jetzt haben wir, das gibt es auch ganz oft, erst die Möglichkeit, es vielleicht auch mechanisch zu realisieren. Es gibt auch Dinge, die gingen vielleicht vor zehn Jahren nicht und die sind jetzt erst möglich. Genau, deswegen ist das immer was Spannendes. Und wir haben natürlich auch unsere Schränke und Kartons mit Materialien, mit Mustern, mit Farben, aus denen wir schöpfen können. Also das Archiv wird sozusagen, im Archiv bedient man sich nicht nur, sondern das wird auch gefüttert sozusagen mit Ideen und Konzepten. Und ja, das ist ja auch eine schöne Vorstellung. Ja, sozusagen. Also unsere Ideen gehen natürlich nicht verloren, auch die, die wir heute machen, egal ob früher oder heute, die sind natürlich noch da. Und wie gesagt, manchmal gibt es Ideen, die sind einfach jetzt nicht an der richtigen Stelle oder wir sind vielleicht heute noch nicht fähig, diese umzusetzen. Und vielleicht kommt das mal in Zukunft. Und grundsätzlich müssen wir Designer und auch die komplette Entwicklung natürlich immer in der Zukunft sein und in die Zukunft denken. Also gerade wir als Produktgestalter sind ja immer gedanklich ein paar Jahre voraus. Also die Uhren, die jetzt 2024 gezeigt werden, sind natürlich Uhren, mit denen wir uns schon sehr lange beschäftigen und gleichzeitig aber auch schon überlegen, was kann in den nächsten Jahren passieren? Was kommt da? Was ergibt Sinn? Weil wir eben da ja schon an der Gestaltung sitzen. Kannst du da vielleicht so ein kleines Preview geben, was so die Trends sind? Also ein bisschen aus dem Nähkästchen sozusagen, was du schon verraten kannst? Also einen richtigen Preview kann ich nicht geben. Ich vermute fast, dass das niemand aus der Forschung und Entwicklung erzählen wird, die Jahresstrategien. Aber ich kann sagen, dass wir sehr viele tolle Dinge im Kopf haben und umsetzen werden und wir auch wirklich für die nächsten ein, zwei, drei Jahre Konzepte aufstellen, was wir zeigen wollen und dass es auch viele Neuerungen geben wird. Und dass wir uns wie immer stetig weiterentwickeln und im besten Fall jedes Jahr unsere Kundinnen und Kunden überraschen und mit etwas Neues faszinieren können. Dazu gibt es ja auch Entwicklungen, die man ja vielleicht auch nicht so visuell wahrnehmen kann. Ich spreche jetzt hier vom Thema Nachhaltigkeit, verantwortungsvolle Quellen für Materialien. Da gibt es ja auch viele Themen, wo gerade auch in der Uhrenbranche viel Aufmerksamkeit drauf ist zum Glück, weil es gibt viele Materialien, die weder gut sind für Mensch noch Umwelt und die Gewinnung, die damit verbunden ist. Welche Entwicklungen gibt es da bei A, Lange und Söhne? Also ich kann sagen, unabhängig von aktuellen Entwicklungen ist das schon immer etwas, was für uns wichtig ist. Wir achten schon immer auf Nachhaltigkeit und haben wirklich den kompletten Produktentwicklungszyklus im Blick. Es wird alles betrachtet und nachverfolgt. Also es ist für uns sehr, sehr wichtig. Und auch für mich als Person, als Gestalter, ist das ein wichtiger Aspekt. Und das zieht sich auch im Unternehmen bis hin zum Papierverbrauch etc. ist das für uns tatsächlich ein Thema. Aber obwohl es aktuell oder in den letzten Jahren viel mehr diskutiert wurde, war es für uns tatsächlich schon immer ein Thema. Also es ist schon immer etwas, auf was wir achten, was uns wichtig ist. Und ich muss auch sagen, letztendlich, wenn ich an unsere schönen Zeitmesser denke und an alten Modellen und neueren Modellen, dann denke ich auch, was ist natürlich nachhaltiger und beständiger als eine mechanische Uhr. Also das ist ja tatsächlich auch der Anspruch, den wir haben und den man auch an unsere Uhren stellen kann, dass sie einfach Generationen über dauern. Also man kann Uhren vielleicht aus der ersten Kollektion haben und die über, ja man kann sagen, Jahrhunderte an seine Enkel und Enkelkinder weitergeben. Das ist auch das Tolle an Mechanik und unseren Materialien, alles was dazu gehört. Also es ist eben nicht dieses Trendprodukt, was jedes Jahr neu wird und weggegeben wird und überholt wird. Und das finde ich auch, ist ein guter Punkt von Nachhaltigkeit und Beständigkeit. Auf jeden Fall, ja. Ja, interessant dann auch, wenn solche Themen, die schon für Unternehmen teilweise seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wichtige Themen sind, dann plötzlich auch so in der Breite der Gesellschaft und der Aufmerksamkeit ankommen. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass bei A, Lang und Söhne ja auch kein Unterschied gemacht wird, zum Beispiel zwischen Damen- und Herrenkollektionen. Also auch hier eigentlich ein sehr aktuelles Thema. Was tragen Männer, was tragen Frauen und wer entscheidet das? Dass das eigentlich auch schon bei A, Lang und Söhne lange angekommen ist, dass sich da die Modelle lediglich durch auch Stil und Größe und natürlich das Design unterscheiden. Ist das was, wo man dann jetzt auch ganz aktiv noch mehr in die Tiefe geht? Oder ist es einfach normal bei A, Lang und Söhne und das ist einfach, das wird so gemacht? Ja, also das kann man tatsächlich sagen, dass es normal ist. Das ist auch tatsächlich schon immer so. Ist auch etwas, was ich persönlich subjektiv sehr schätze, weil mir das als Person auch wichtig ist. Und wir haben tatsächlich noch nie wirklich Unterschieden zwischen Damen- und Herrenuhr. Und es gibt sicherlich Modelle, die vielleicht mehr von Frauen gekauft werden, andere, die eventuell mehr von Männern gekauft werden. Aber wir deklarieren es nicht so und wir entwickeln tatsächlich auch nicht so. Also wir starten auch nicht im Produktdesign mit dem Gedanken, wir machen eine Damenuhr und deswegen muss sie folgende Farben haben, muss sie Steine haben oder nicht, muss sie glänzen oder nicht, sondern es ist tatsächlich komplett frei. Und ich finde es sehr interessant, dass sich da auch die Gesellschaft etwas verändert hat und da noch viel offener und gleichwertiger mit umgeht, dass es tatsächlich jetzt auch viel mehr thematisiert wird, da ich tatsächlich finde, Ich gestalte gerne Uhren für Uhrenliebhaber und Uhrenliebhaberinnen und Uhrenliebhaber und jeden Geschlechts und es spielt für mich keine Rolle, ob es die Frau ist oder der Mann. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich auch die Käufer unterscheiden, vielleicht die jetzigen von, vielleicht von vor 20 Jahren. Es ist tatsächlich so, dass jede Art von Modell, jede Größe, jede Komplikation von beiden Geschlechtern getragen wird. Also es ist, die Zeiten sind tatsächlich nicht so, dass man sagt, die Frauen wollen kleine, feine Uhren und die Männer wollen vielleicht die ganz großen und Diamanten sind etwas für Schmuckuhren, sind etwas für Frauen, sondern es ist tatsächlich komplett offen. Und ich finde es persönlich auch ganz toll, dass wir das auch genauso offen lassen. Also wir gestalten wirklich für Leute, die sich für die Mechanik begeistern können, die sich für unser Design entscheiden können und ob sie dann eine große oder kleine Uhr wollen oder in welchen Farben oder Materialien, das ist wirklich subjektiv und geschlechtsunabhängig. Und genauso gehen wir tatsächlich auch in die Gestaltung. Also wir legen es nicht fest als einen Baustein eines Briefings, es soll Männer ansprechen oder es soll Frauen ansprechen, sondern es ist tatsächlich offen. Und jetzt die Frage zum Schluss, die Frage, die wahrscheinlich für die Hörerinnen und Hörer auf der Hand liegt, welche Uhr trägst du? Ja, da tun mir jetzt die Hörerinnen und Hörer auch tatsächlich leid, weil ich es ihnen nicht zeigen kann, dass ich hier eine wunderschöne Zeitwerk-Date trage. Also wirklich unsere Zeitwerk mit der digitalen Anzeige und mit der besonderen Komplikation, dass sie einen Datumsring hat. Das heißt, es wird auch der Tag angezeigt. Also eine ganz tolle Uhr, vielleicht auch ein schönes Beispiel. Nicht die kleinste Uhr, nicht die leichteste Uhr, vielleicht auch sehr technisch in der Optik, aber etwas, was mich persönlich zum Beispiel sehr anspricht. Eine sehr tolle Uhr. Ich habe sie gesehen. Alle Hörerinnen und Hörer dürfen sie jetzt recherchieren. Ja. Und ich bedanke mich für diesen Einblick in eine sehr faszinierende und sehr eigene Branche auch. Vielen, vielen Dank, Nicole. Ja, vielen Dank. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.